Hier wird eine ca. 151 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Friedberg. Das Haus wurde 1985 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über Netzwerkverkabelung, Teppichboden und eine eingebaute Küche. Zur Ausstattung gehört außerdem eine Klimaanlage. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Mietpreis dieser Immobilie mit. Die Nebenkosten belaufen sich auf 0 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020